herzlich willkommen zurück zu let's play gta 3 wir machen heute weiter mit unserem oder mit meinem kleinen jetzt wäre hier fahrzeug ja doch der panzer hahaha so ich brauche ein fahrzeug so dann holen wir uns mal eben hier und wir fahren zu kenji wir haben hausuke, wie heißt, abgeschlossen und jetzt geht es weiter mit kenji ja, der wollte aber, der ist ganz schön so, dann schauen wir mal, was der gute kenji für uns hat der ist hier am casino die befeierung des kanbu mein sister speaks highly of you though i'm yet to be convinced that a gaijin can offer anything but disappointment perhaps you could help deal with the situation that has me at a disadvantage of course failure has its own disgrace a yakuza kanbu is in custody awaiting transfer for trial he is a valued member of the family break him out of custody and get him to the dojo at bedford point ok gaijin hat sowas wie außenseite da wird äh fester furies wird die fester zu vieles tokyo drifter gesehen hat der weiß auch da wird das Wort nämlich auch ein paar mal benutzt der kollege der nach tokyo kommt das kann wieder heiß, jetzt kann der auch den charakter und dann äh auch von dk als gaijin hat er wird und wie gesagt das absoluter außenseiter na gut, ok wir brauchen heute erst mal ein polizeiauto wir brauchen dann polizeiauto das nebis da ist wie neblik gebrochen wir brauchen noch eine andere zeile wir konnten das jetzt mal eine wieder um eine von einem zeile reinfinden oh die brauchen schon was von uns Ah, die kennen die Jungs ja. Boah, die Müde, die schmiert aber ganz schön, ey. Ah, jetzt sind sie da besser. Ja, okay. Wir brauchen eine Polizei, aber doch. Ich brauche die Polizei zu. Da kommt die Polizei auch, ja. So. Hat schon einen Moment gedauert, aber es funktioniert. Wir sollen eine Bombe in das Auto bauen. Wir müssen eine Bombe in das Auto bauen. Weil ich kann jetzt mal der Kopf, der ist gleich der Verzüger. Oh, was ist das? Ein Päckchen. Ah, das sind diese versteckten Päckchen auch. Die, die wir... Aber es geht hier bei City zum Beispiel kennen. Aber jetzt ist das scheiß Stern weg. Oder eine riesige Uhr. Hä? Zum Glück muss ich hier hin. Was ist denn scheiße? Hä? Um, oder wo? Da hinten. Ah, das fährt so wie die Garage. Okay. Jetzt fahrt es im Polizeirevier. Na gut. Machen wir das doch. Okay. Okay. So, dann kommen wir hier raus. Bin mal gespannt, was das erwartet. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was geguckt. Klar, aber noch nicht wirklich. Ich bin ruckelt ein bisschen erstmals. Ist auch schon an die 20 Jahre alt, also nebenbei gerade. Ja. Aber geht unten los. Wie gesagt, ich komme da jetzt hoch. Noch nicht klar. Ja, genau. Ich schweife... Ich schweife wie shit. Und wo prügelt er sich gerade. Ich schweife wie schweife wie schweife wie schweife. auf. Ich schweife- ich schweife wie schweife wie schweiße. Schweife- Ich schweife wie schweife- Und da sind hoch. Ich Differentei, aber es wird es nicht in der Port. I like to stop Es ist noch ein Hüter da weg. So, jetzt haben wir noch zwei Sterne. So, wir wollen wahrscheinlich jetzt erstmal die Sterne loswerden. Und nein, wir jetzt auf die Idee kommen, ihr könnt gerne mit dem Ding ins Pane sprayen. Nein, geht nicht, weil die sagen dann direkt, das ist zu heiß. Das ist ein kleines Arschloch. Das ist ein kleines Arschloch oder was? Scheiße. Dann kommt sie dann noch angelacht, dann steht da noch immer einer. Oh, äh, wir sind quasi im Kreis gefahren. Wir sind da quasi, ich mach mal so ein Anlass, falls ich da noch mal bin. Okay. 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 So, jetzt ist mal gut hier. So, jetzt bringen wir den Typen noch weg. 30.000. Wir haben eine neue Rüstung voll. Oh, meine Fresse. Gut. Wir haben uns jetzt wieder ein bisschen was geduelliert haben in der Stadt. Gut, dann mache ich ja mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei GTA 3. Dann schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.